Ich weiß das nicht, aber so fast ist es nicht normal, was ich meine damals. Das ist ein es das Milch behindigen. Hopp. Hopp. неп epilepsch. Oh, das geht schneller! Ich habe wir jetzt drei Male im Gieten. Zeig mir halt, dass ich im Bild stehe. Das geht? Hopp, 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 hopp. Ich kann schon nirgendwo! Ja, das ist noch mal länger, nichts macht in der Richtung, man merkt es sehr schnell. Das waren ja nur 15 Geräte, wir müssten nur 20 schaffen! Wir fangen ja eins an, bitte! Das muss jetzt sein, gell? Zeig mir, wir sollten wieder jobben, wir mussten nicht. Ja. Okay, die leckte.